Willkommen Leute zu einer weiteren Pokémon Showdown Part, dieses Mal spielen wir Random Battle der 9. Generation, denn es ist heute der 1. April und immer am 1. April gibt es auf Pokémon Showdown Fake Sprites. Ich sehe das, wir leaden hier mit einem Knackrack. I would go jump here, okay, und er leadet mit einem Cinderace. Die haben wirklich sehr lustige Sprites, könnte man sagen, und ich dachte mir, wir probieren mal die Sprites aus. So, wir drücken mal die Tarnstellen. Pokémon Random Battles, ich denke, jeder kennt Random Battles, die sind sehr beliebt auf Pokémon Showdown, wahrscheinlich die beliebtesten Kämpfe, da man hier kein Team bauen muss. Und das ist der Sprite von Baldur für Schmidt, einer Karotte. Hier drücken wir einfach mal Erdbeben, machen guten Schaden. Toxic Spikes, so wie sieht Toxic Rogue aus, das werden wir mal gleich sehen. Denn ich bin mal gespannt, wie die Sprites von Dummeasel aussehen und von Xerox. Wie gesagt, jeden 1. April gibt es die Sprites, das nervt auch ein paar Leute, zum Beispiel, die jetzt normal Pokémon Showdown spielen, jetzt nicht auf die Sprites abfahren. Ich wollte auch ein paar weitere Pokémon Showdownen Parts normal aufnehmen, aber da habe ich gesehen, es ist der 1. April, wahrscheinlich muss es diese Pokémon Sprites geben. Die sind bei ein paar Leuten, wie gesagt, beliebt, bei anderen nicht. Und das ist ein Fully Purber. Ist das ein Hund? Okay, wir gehen einfach mal in Toxic Rogue, um die Toxic Spikes aufzusaugen. Und das ist Big Boss Toxic Rogue. Interessanter Sprite, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Okay, unser Pokémon stirbt. So, wie schnell ist das Ding? 217. Krenn ist schneller. Oh, Gotham. Okay, das hat nichts irgendwie mit dem Guayuto zu tun, aber okay, damit besiegen wir einfach mal das Livion. Aber das ist ein interessanter Sprite, sagen wir das mal so. Heatrain kommt rein. Und das, soll das ein Gulasch sein, oder was? Auf jeden Fall wird in Heatrain irgendetwas gekocht. Sehr schön. Gut, wir gehen hier einfach mal in Garchomp wieder raus. Magmastorm und drücken Erdbeben. Aber wirklich, bis jetzt ist der Heatrain Sprite der Beste für mich. Ein Garnsprite jetzt noch nicht. Okay, er hat auch Jump. Ja, dann gehen wir auf Draco Meteor. Vielleicht gewinnen wir Speedtai. Und das Front Sprite. Soll das Pokémon wie Craymon aussehen? Oh, 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 lol. Cool. Und das ist Reggie Drago. Okay. Interessanter Sprite. Soll das, was soll das sein? Er hat auf seinen linken Arm irgendetwas drauf. Okay. Auf jeden Fall der Knackack Sprite, den hält, ähm, wer ist das Pokémon noch an das Digimon? Ach, mir fällt Craymon, genau. Aber, das sind auf jeden Fall coole Sprites bisher. Der von Heatrain ist lit. Das muss ich schon sagen. Wahrscheinlich werde ich den meisten anspielen und nicht kapieren. Amaroche ist das ein... Mega Man Anspiel. Okay, der Tankt Attack ist sogar sehr gut. Das dachte ich jetzt nicht auch als faire Killdons. So. Bowl Switch. Wir sind auf jeden Fall langsamer mit den Pokémon. Das habe ich gut gemacht. Das muss ich schon sagen. So, Heatrain tankt auf jeden Fall eine Attacke. Und ja, der Heatrain Sprite sieht auch von vorne richtig lit aus. Okay, wir tanken die Attacke nicht, weil es ein Kritt war natürlich. Okay. Dann geben wir einen Pikachu. Okay, der Pikachu Sprite sieht interessant aus. Mismatches. Dann gehen wir in Staraptor. Bin mal gespannt, wie der Staraptor Sprite da aussieht. Und der Mismatches Sprite. Richtig. Insane. So, wir gehen hier einfach mal auf Brave Bird. Er ist natürlich schneller. Okay. Ich spiele in diesem jetzt richtig schlecht. Mouscara ist schneller. Und mit Knock-Off kill mir einfach mal das Ding. Ah, und diese Sprite verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Diese Wiper Sprite, soll man den verstehen? Eine Mischung aus Slybok, maybe? Knock-Off nochmal. Kill mir das Ding sehr schön. Aber soll ich den VPT Sprite verstehen? Aber wie gesagt, die meisten verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie soll es der gestiefelte Kater sein. Ähm, Seishin hat der natürlich. Okay. Sehr schön. Flower Trick. Wir machen okay einen Schaden. Okay. Schwertanz und Flower Trick. Das Ding können wir rausnehmen. Wir sind schneller und Seishin könnte uns auf jeden Fall besiegen. Sehr schön. Das Ding ist down. Bis jetzt gefällt mir der Knack-Rack-Sprite von vorne sehr gut. Von hinten jetzt nicht so wirklich. Aber von vorne auch Magnus Zone. Das ist eine Hand. Ach, okay. Der sieht insane aus. Knock-Off. Ach, war ja okay. Wir machen okay einen Schaden. Pikachu kann das Ding mit Surfer besiegen. Aber wirklich, der Sprite. Und was sollte mich erinnern an eine Hand? Aber an was für eine Hand? Jetzt sieht er auf jeden Fall creepy aus. Aber auch gut. Der Pikachu-Sprite sieht gestörter aus. Aber so muss es ja auch Pikachu vielleicht sein. So mismatches. Gut, Vault-Tackel. Der killt mich jetzt. Nicht mal mit Mystical Fire, okay. Dann killen wir dich mit Vault-Tackel. Wir haben immer noch Aeternus. Aeternus ist schnell. Ist ein Armor Roach. Und er hat einen Maxax. Okay, da greifen wir mit Vault-Switch an. Okay, der ist... Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, dass ich vielleicht zählt habe. Dynamax kennen. Das wäre Baby überleben und dann noch Dynamax kennen. Dann haben wir diesen Kampf wahrscheinlich gewonnen, oder? Der Aeternus-Sprite sieht auf jeden Fall interessant aus. Zum Beispiel, vor ein paar Jahren, ist schon wieder länger her, gab es ja auch einen... Geratina-Suspect-Test als... April-Schwärts. Nicht solches Price. Der war aber auch ziemlich witzig. So... Serena gegen ein Cricketoon. Da legen wir das Sticky Web raus. Lalalalalala... Also, das ist wahrscheinlich das Geräusch von Cricketoon. Okay, dann drücken wir einfach mal Pounce, Step, Techniker. Playraft tanken wir sehr gut. Machen hoffentlich guten Schaden. Ja. Wir pounzen ihn nochmal, glaube ich. Sehr schön ist den wir schneller schon. Ja, Playraft nochmal. Und wir pounzen, oder und wir Prick-Breaken ihn. Der Serena-Sprite, der sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Der ist irgendwie creepy. Soll das ein Beyblade sein? Wahrscheinlich. Oder eine Eistüte. Der Cricketoon-Sprite, der ist Zip-Haz-Sprite. Der sieht interessant aus. Eine Gitarre und dann... Das ist wahrscheinlich sein... Sein Ruf, wenn es vom Pokéball rauskommt, in Diamond, Pearl, Platin. Das kann ich mir gut vorstellen. Barnett. Okay. Interessant. Es sieht einfach nur creepy aus. So Weavile und Night Slash, um das Ding zu besiegen. Oder wir drücken Schwertanz. Ach, wir drücken einfach mal Schwertanz. Der wird rauswechseln und dann gewinnen wir mit Weavile. Oder auch nicht... Low Kick, maybe? Ach, damn it. Okay, wir machen ja null Schaden. Eistbinne macht vielleicht mehr Schaden. Jetzt tragen wir zumindest einen Life Orb. Das bringt ja auch etwas, weil er Knock-Off gedrückt hat. So, wir machen guten Schaden. Aber der will uns jetzt wahrscheinlich killen, ja. So, ähm... Gehen wir in Iron Chocolates und drücken Dark Pulse. Oh, der Sprite. So sieht Eisern-Trick-Gefahl- und Klo aus am 1. April. Okay. Eine schöne Energiebox, oder... Ja, ist das ein Weltraum-Pokémon? Was soll das Ding darstellen? Interessant zumindest. Also, ja. Ja, creepy, aber... Irgendwie verstört mich der. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie verstört mich der. Der Zengu-Sprite. Okay, wir gehen einfach mal in Dompfern. Der Dompfern-Sprite gefällt mir. Richtig obvious, dass es so ein Dompfern sein sollte. Also, richtig obvious. Aber, weil es so obvious ist, ist es einfach nochmals um so vieles besser. So, wir gehen in Magnezone, drücken... Ach ja, und der Sprite sieht auch gut aus. Wir drücken Vowl-Switch. Dann weiß er auch gleich, dass wir gescarft sind. Und gehen in Iron Chocolates wieder raus. Wirklich, der Sprite sieht einfach nur creepy aus. Ja, wirklich, also... Ja. Die Sprites werden wahrscheinlich immer besser. Okay, ich dachte, wir sind Joyce-Guff. War klar, dass er schnell ist. So grumpy. Nastyblot. Wäre Magnezone nicht besser? Ich glaube, Magnezone wäre besser. Der Attack-Drop ist eigentlich egal. Wir können hier Flash-Kennen drücken. Also wirklich, der Screentail-Sprite verstört mich richtig. Irgendwie... Ja, irgendwie ist er richtig verstörend. Aber er gefällt mir auch. Wenn man sich als dieses Pokémon zu Halloween verkleiden will, verstehe ich das. Der Sprite sieht richtig creepy aus. So, wir brauchen jetzt einen Spaz-Death-Drop. Wir machen nur 50% mit Flash-Kennen. Das ist nicht so schön, wenn wir nur 350% machen. Spaz-Death-Drop oder ein Crit brauchen wir. Oder er drückt Anker. Okay, dann wechseln wir raus in Grumpy. Das Ding hat die Fähigkeit Six-Sets. Und der Lavados-Sprite, Angry Birds-Sprite, der sieht ja normal aus. Wie ein Lavados als Angry Birds-Pokémon. Okay, Jutan gut vom Gegner. Und Rayquaza. Okay, wieder gehen wir Magnet-Zone. Okay, das Game haben wir auf jeden Fall verloren. Iron Juggles. Hurricane. Ja, okay, wenn du in Rayquaza mit Detents hast, verlierst du eh jedes Match. Das war klar. So, Grumpy. Psychic. Ja, GG. Dieses Game verliert man sowieso, wenn man Legi hat. Mit Rachlands auch noch. So, wir lieben mit Elema Molo und er mit den Aaron Thorns. Okay. Da drücken wir gleich Bodyslam. Libescus mit Handschuhe. Ja, schöner Sprite. So, Wish. Das ist wirklich ein Love-Disk of Wish, könnte man sagen. Auf jeden Fall ein sehr gelungener Sprite, der von Aaron Thorns... Ach, warum liegt da so viele Hazards? Great Tusk. Hier werden wir es einfach mal Rapid Spinnen und wir hatten Boost-Energy. Okay. Dann drücken wir einfach mal Rapid Spin. Um die Hazards zu entfernen. Oh, Seems legit. Okay. Mhm. Seems legit. Okay. Dondonzo, Dodozu, okay, gut. Terra Ground, würde ich mal sagen. Ja, Terra Ground. Und das Dondonzo zu Two-Shotten. Liquidation. Oder das Ding hat ja nur Rest-Ass-Recovery, oder? Und das sieht auch gut aus. Liquidation tanken wir und mit Rapid Spin können das Ding leider nicht besiegen. Schade. Aber der Dondonzo-Sprite sieht auch richtig litz aus. Der will einfach einen Tatsugiri verschlingen. Log Kicks. Dann drücken wir Close Combat, aber wahrscheinlich killt er mich mit Versimpression. Ja, wir gehen in Cherry Sword und drücken Flamethrower. Aber eher Willowisp. Er geht in Toxapex sogar, lol. Ähm, Mothriss. Pink Curtain. So, wir drücken jetzt einfach mal Discharge. Oder geht er jetzt raus in sein Iron Fawns. Aber der Toxapex-Sprite, der sieht insane aus. Das ist einfach ein Zelt. Wir gehen auf die Toxic Spikes. Jetzt booste ich ihn auch noch, damn it. Gehen wir einfach mal auf Liquidation. Wir haben die Heavy Duty Boots aufgelockt, also nerven die jetzt nicht so. So, dann Discharge, wenn er ein Toxapex raus wechseln würde oder ein Log Kicks. Oder will er einfach nur die Hazards legen? Okay. Die Frage ist, geht er in sein Toxapex? Lol, Toxapex ist sogar schneller, oder? The Viper? Okay, der ist sogar noch ein Gist-Pokémon. Und noch ein Seviper sogar. Okay. Ja. Wir drücken jetzt einfach mal Discharge. Er killt mich. Oh, Sugarberry. Ähm. Stone Chorna. Und EQ. Wir tanken auf jeden Fall alle Attacken, solange es keine spezielle ist. Wenn das eine spezielle Attacke ist. Okay, ich vergesse immer, dass Stone Chorna so ein schnelles Pokémon ist. Und der Stone Chorna Sprite sieht interessant aus. Anilabe. Da drücken wir einfach mal EQ. Er balgt ab sich. Okay. Charizard ist sowieso schnell, also passt das schon, wir drücken die Rocks oder nein. Wir gehen einfach weiter auf IGU. Der muss mich einfach killen. Dann passt das schon. Train Punch kann nicht drücken, aber wir haben Life Up, also ist das auch in Ordnung, muss ich sagen. So, okay. Du hast einen Terra Wasser Typen. Das passt schon. Ja, Train Punch als Recovery, aber sonst hat er ja keine Recovery des Pokémon. Das passt schon, wenn wir hier Stone Chorna einfach sterben lassen. So, Cherry Sards. Hurricane. Hurricane muss einfach mal treffen. Es trifft uns, somit ist Anilabe weg. Sehr schön. Die Frage ist, Toxipex ist mit Toxic ein kleines Problem, aber wir haben auf Mode Rest Chester Resto, also ist das kein Problem. Wir gehen hier einfach mal auf Mode Rest. So, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, denn der Kampf würde sonst zu lange dauern. Liquidation nochmal gegen das Lockhex. Aber Leute, der Lockhex-Sprite, ist das nice? Ah, ja. Also spielt heute selbst noch die Sprites. Wenn ihr die Sprites sehen wollt, müsst ihr Pokémon schon heute noch spielen. Anders geht das leider nicht. So, Bodyslam, vielleicht bleibt er hier drinnen. Wenn ihr die Sprites selbst sehen wollt, alle Sprites, dann müsst ihr Random Battle, andere Generationen spielen. Ich habe hier schon auch in Gen 3 Random Battle gespielt und auch angesehen, zum Beispiel Watch Battle. Wo finde ich jetzt zum Beispiel hier? Ich will jetzt kein Random Battle. National Deck zum Beispiel. Protosynthese, Water-Type und Clurak. Auf jeden Fall richtig cool die Sprites. Sie sorgen auf jeden Fall für Abwechslung, aber ein ganzes Jahr würde ich die nicht haben. Einmal im Jahr reicht schon, muss ich sagen. Das reicht auf jeden Fall. So, wir Protecten hier einfach nochmal. So, jetzt gehen wir den Cherizard raus. Also Liquidation-Schaden ist mehr Liebe als Toxin-Schaden auf den Pokémon. So, Cherizard kommt rein, Liquidation macht okay, kein Schaden. Und jetzt drücken wir Hurricane. Hurricane kann Treff und den Gegner zu 30% Parodisieren. Bitte, Dre-Toxic. Okay. Aber wir können Hurricane drücken. So, wenn ein Lock... Ach, dammit. Okay, er schlägt sich selbst durch die Fusion. Also ist das komplett okay. Ah, wirklich, dieses Toxin-Pack nervt. Danke, dann haben wir dieses Game. Also hoffentlich gewonnen. So, Flames-Raw. Tank mir eine First-Impression. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, drückt Sucker Punch. Ja, Leute. Ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Diese Sprites sind auf jeden Fall mal eine Ableck-Wechselung vom normalen. Aber jetzt im ganzen Jahr braucht sich sie jetzt nicht einmal im Jahr recht. Schreibt in den Kommentaren, was ihr von den Sprites hält. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.